Hallo Freunde, mein Name ist Bosch Kimo und wir wollen heute ein neues Video gucken auf YouTube Warte mal, hier sind Skibidi Toiletten Kommt her ihr scheißen Skibidi Toiletten Aus dem Weg Scheißen Skibidi Toiletten Freunde, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir wollen uns ein YouTuber Video angucken, Freunde Weil es sind neue Skibidi Toiletten Episoden rausgekommen Wir gucken heute Episode 1 bis 50, Freunde Es gibt so viele Episoden schon Und wir wollen gucken, wer gewinnt, die Skibidi Toiletten oder die Kameramena Let's go! Meine Setup ist hier drinnen, bei mir in meiner Wandzimmer Wow, wow Aus dem Weg Freunde, ich sterbe Holy shit Jetzt ist alles voll mit Skibidi Toiletten Rass ist mein Haus Scheißen, direkt, Freunde Meine ganze Haus ist voll mit Skibidi Toiletten, oder? Hallo? Ist hier jemand? Weg Oh shit, ich muss wieder eine Karotte essen Ich bin fast tot Ich will auch nur ein YouTube Video gucken Was wollt ihr? Mein Haus Raus mit euch Raus mit euch Alle raus Alle müssen weg Verschwindet Scheißen, Skibidi Toiletten, weg mit euch Okay, hier ist nichts mehr Oh, das Poster von Suku ist echt schön Guck mal, Freunde, wie cool das aussieht Suku von Avatar Nicht schlecht Ich zeige euch mal meine andere Poster Hier meine Schlafzimmer Wow Scheiße, direkt Freunde, Hilfe Ich bin gleich tot Ich will auch nur ein YouTube Video gucken Lass mich in Ruhe Waschkip ist gleich tot Aus dem Werk Scheißen, Skibidi Toiletten Freunde, wir sind fast tot Okay Das wollte ich euch zeigen Guck mal, schöne Poster von Onkel Iro Und hier ist Suku, okay Mit Suku Hone Okay, Freunde, gehen wir schnell Runter und gucken uns das YouTube Video an Bevor alles hier kaputt geht Und noch mehr Skibidi Toiletten kommen Okay, gehen wir schnell in den Zimmer Guck mal, Freunde, wie cool meine Poster sind Schreibt mal in den Kommentaren, Freunde Was ist euer Lieblingsanime Und welche Poster ich hier aufhängen soll Wer ist euer Lieblingsanime Charakter Dann packe ich ihn hier auch bei mir zu Hause Als Poster Guck mal, wir haben so viele Anime Charakter Okay, Freunde, und hier ist meine Setup Und wir gucken jetzt eine YouTube Video Und zwar von den Skibidi Toiletten Part 1 bis 50 Let's go Und hinsetzen, Freunde Wie findet ihr meine Setup? Schreibt mal in den Kommentaren Nicht schlecht, oder? Okay, Freunde Gucken wir jetzt die neue Folgen Okay, Freunde Es geht los mit alle 50 Skibidi Episoden Yes, yes Skibidi Episoden Oh, scheiße, Freunde Okay, wir versuchen zu verstehen Was überhaupt da passiert Warum kommen diese Skibidi Toiletten? Die sind einfach im Fahrstuhl Warum sind die im Fahrstuhl? Ich verstehe nicht, was da passiert, Freunde Ich hasse diese Skibidi Toiletten Skibidi Okay, jetzt sind die in der Stadt Wow, die greifen die Leute auf Autobahnen an Guck mal, da ist einer Mann Der hat ihn überfahren Habt ihr gesehen? Holy shit Wow, Skibidi Episoden Episoden Jetzt sind die in einem Restaurant Wow Er greift die Leute an in einem Restaurant Holy shit Yes, yes Skibidi Episoden 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 Eine riesige Skibidi Toilette Holy shit Lauft weg, schnell, Idioten Jetzt sind die wieder in der Stadt Da tanzen da welche Leute Und die können sogar fliegen Greift die an den Helikoptern Na los Bring Domli Skibidi Toiletten Skibidi Dog 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 Wow, das ist Musik von Star Wars Warum spielen die die einfach nicht runter? Das ist doch nur eine scheiße Skibidi Toilette Ja, genau Spiel runter, die Scheiße So habe ich von meiner Scheiße runtergespielt Deck damit Skibidi Dog Dig 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 Wow Greift die dann Wow Holy shit Freunde, was passiert da? Lauf weg, mein Freund Shit Wow Oh, jetzt kommen die Kameramänner, Freunde Die haben eine Armee Kameramänner Armee Gegen Skibidi Toiletten Armee Die kämpfen gegeneinander Skibidi Dog Dog Yes, yes Wow Ey Oh Jetzt kommen die Kameramänner wieder, oder? Lauf weg, mein Freund Spiel ihn runter, genau so Gib ihm Powerfeige Perfekt Wow Die Kameramänner kommen jetzt, Freunde Jetzt sind die Kameramänner dran Es gibt sogar Polizei Skibidi Toiletten Freunde, sie haben sogar die Polizei infiltriert Lauf weg Wow Was ist das? Skibidi Top, Top, Top Yes, yes Skibidi Top, Bidi Deep, Deep Wow Es ist eine Kirche Gut, Kameramänner Fang sie ein Perfekt Wow Ertige Fessen Holy shit Und runter gespielt Sehr gut, Kameramann Die Kameramänner sind viel stärker, Freunde Jetzt wieder der Kampf in der Stadt Jetzt wieder der Kampf in der Stadt Skibidi Top, Top, Top Yes, yes Skibidi Top, Bidi Deep, Deep Top, Top, Top Yes, yes Wow 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 Freunde, die sind überall in der Stadt Holy shit Spiel ihn runter Bravo, 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 bravo Sehr Wow Wow Gib ihm eine Folge Weg damit Gut Wenn diese größte Skibidi Top ist, glaube ich, am schlechtesten Wow Er hat Laser Augen Yes, yes Skibidi Top, Bidi Deep Deep Lauf Wow Es gibt sogar eine Spinne, Kameramann Er hat eine Maschinen gewährt Und die Skibidi Toilette kann fliegen, Freunde Was passiert da Holy shit Wow Skibidi Top, Bidi Deep Deep Spiel ihn runter Bravo Bravo, Freunde Die Kameramänner gewinnen das, glaube ich Wow Was für eine Riesenarmee haben die Kameramänner, Freunde Jetzt geben wir ihm die Skibidi Toilette Das ist eine Opa-Skibidi Toilette Skibidi Top, Dopp, Dopp Yes, yes Wow Er macht diesen Tanz von Fortnite Skibidi Top, Dopp, Dopp, Dopp Yes, yes Skibidi Top, Dopp, Dopp Weg mit dieser Scheiße Bravo Er hat ihn einfach runtergeschubst, Freunde Wow Jetzt eine Kameramann Skibidi Toilette Oh, er ist eine Spion Er geht da rein, um die zu überprüfen, was die machen Die haben das rausgefunden, Freunde Lauf weg, mein Freund Die Kameramänner überwahren die Skibidi Toilette Die haben eine geheime Treffen, was ist das? Die, eine Bombe Woow 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 Trennen die haben die Laserhogen Holy Shit Lauf weg, Kameramänner Woow Woow Was für eine Kick. Dopp, dopp, dopp. Yes, yes. Wow. Der Kameramann ist riesig, Freunde. Der hat so viel Kraft. Holy shit. Skibidi. Dopp, dopp, dopp. Yes, yes. Wow. Was für ein riesiger Roboter-Kameramann. Der nimmt die auseinander. Was für eine linke Hawken. Holy shit. Komm, gib ihm Powerfeigen. Bravo. Er hat eine Laserkanone im Bauch. Bravo. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Freund. Freund, dieser Kameramann ist unglaublich stark. Oh, jetzt kommt der Kampf. Riesige Skibidi Toilette gegen einen riesigen Kameramann. Er hat eine Einsatzschild. Wie bei Call of Duty. Jetzt kommt ein anderer. Wow. Er hat verloren, Freunde. Er haut ab. Er hat Angst. Was für eine Lappe. Holy shit. Die haben eine Skibidi Toilette gefangen. Jetzt wird Verhörung gemacht. Los. Redest du über ihn. Das ist dein Boss. Das ist ein Boss. Spielt ihn runter. Er will nicht reden. Weg mit dieser Scheiße. Skibidi Do-Bidi. Wow. Freunde, diese Skibidi Toilette ist der Chef von denen. Das ist der Kommandant. Genau das. Das ist der Kommandant von denen. Spielt ihn runter. Was ist denn da los? Freunde, die haben ihn besiegt. Das war die stärkste Skibidi Toilette. Wow. Er ist unbesiegbar. Er hat die auseinandergenommen. Holy shit. Gib ihm eine Bombe. Freunde, das ist die stärkste Skibidi Toilette. Die Kameramänner bauen einen neuen Robot. Aber sie werden angegriffen von Skibidi Toiletten. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ja, ist besser so. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Wow. Er kann schießen. So eine Laserstrahlung wie Son Goki. Bei Dragon Ball. Mit seinen Fingern. Wow. Die fressen die sogar, Freunde. Guck mal. Wow. Spielt ihn runter. Spielt ihn runter. Genau so. So spiel ich immer meine Scheiße runter. Die Kameramänner sind echt stark. Kennt ihr diese Lied? Wow. Er haut ab. Er haut ab von Skibidi Toiletten. Ah, Freunde. Das ist eine riesige Box. Wow. Die haben die auseinandergenommen. Aber die Kameramänner hören das nicht, weil die haben einen Kopfhörer. Okay, okay, yes. Kommt es wieder zum Eins gegen Eins. Gib ihm ein paar Fäuste. Bah. Bravo. Oh, das sieht aus wie ein Minime. Runtergespielt. Und in Gesicht. Runtergespielt. Eine Kick. Runtergespielt. Wow. Three Six. Nee, runtergespielt. Gib ihm eine Bombe. Oh, shit. Der war zu stark. Der war zu stark. Aber sein Freund hat ihm geholfen. Freunde, jetzt ist eine böse Skibidi Toilette. Das ist das für ein Kameramann. Freunde, das ist eine Power Ranger. Holy shit. Der hat eine Panzerfaust in den Arm. Und drunter gespielt. Der ist unbesiegbar, Freunde. Holy shit. Jetzt fahren die wieder weiter. Das ist das geheime Treffen. Das gibt es die Toilette, Freunde. Das geheime Treffen. Jetzt wird geklappt. Wow. Die Kamera kommt, Freunde. Sie haben sie erwischt. Lauf, 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 weg. Und drunter gespielt. Bravo. Freunde, jetzt geht es weiter. Wow. Die haben noch mehr riesiges Skibidi Toilette, Freunde. Noch mehr riesiges Skibidi Toilette in der Stadt. Die soll man die besiegen. Skibidi, Daube, D, D, D. Ich glaube, Freunde, ich verstehe langsam die Geschichte. Freunde, da kommt der riesige Kameramann. Wow. Die haben wir den entwickelt, Freunde. Der ist unbesiegbar. Was, feiner und feige. Holy shit. Der ist unbesiegbar, Freunde. Den kann man nicht besiegen. Das ist der stärkste von allen. Die Kameramänner spielen wieder ab, diese Musik. Aber die haben einen Kopfhörer, glaube ich, oder? Oh. Jetzt gebe ich die Toilette und haben Angst vor dieser Musik, Freunde. Wow. Er hat seinen Kopf auseinandergenommen. Wow. Er ist tot. Wow. Freunde, wow. Guck mal, wie schnell er ist. Er ist schneller als Flash. Er greift sogar eine Frau an. Er hat eine Frau verprügelt. Lauf weg, mein Freund. Holy shit, Freunde. Er hat den Kopf abgemacht. Skibidi. Freunde, die wollen den quälen, foltern. Bis er Informationen gibt. Skibidi, Daubeidi. Was passiert jetzt? Oh, er geht in ihn rein. Er kann ihn kontrollieren. Das ist eine Mini-Skibidi-Toilette in ihn reingegangen. Er ist jetzt böse. Der Kameramann ist jetzt böse geworden. Spiel ihn runter, alles. Oh, man kann Skibidi-Toiletten sogar als Schuhe benutzen. Das ist der böse Kameramann, Freunde. Die haben den infiltriert. Wow, es gibt noch mehr böse Kameramänner. Holy shit. Lauf weg. Okay, Freunde, es sieht so aus, als würden die Skibidi-Toiletten diesen Krieg gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Kameramänner das gewinnen wollen. Noch eine riesige Skibidi-Toilette mit Laser. Die sind unbesiegbar, Freunde. Die sind unbesiegbar. Skibidi, Daubeidi, Dip, Dip. Oh, jetzt kommt der Super Skibidi-Toilette. Ey, der Super Kameramann, meine ich. Der ist unbesiegbar, Freunde. Er hat ihn auseinandergenommen. Das ist der Stärkste von allen, Freunde. Oh. 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 Er hat ihn auch infiltriert, Freunde. Er sieht böse. Lauft weg. Ihr könnt nicht mehr gewinnen, Kameramänner. Ihr könnt nicht mehr gewinnen. Ihr habt verloren. Wow. Die sind viel zu stark. Die sind viel zu stark. Der Super Kameramann wurde böse gemacht. Guckt euch das an, Freunde. Der Super Kameramann und die Super Skibidi-Toilette arbeiten jetzt zusammen. Wie soll man die besiegen? Die haben ein YouTube-Gebäude in die Luft gejagt. Die sind unbesiegbar, Freunde. Die sind unbesiegbar. Lauf weg, mein Freund. Die kann man nicht besiegen, Freunde. Yes, yes. Skibidi-Dobbedi-Dip-Dip-Dip. Freunde, die haben so viele Kameramänner jetzt böse gemacht. Nimm das Rost aus seinem Kopf. Bring ihn um, bring ihn um. Bravo. Okay, Freunde. Man muss diese Skibidi-Toilette aus seinem Gehirn rausziehen. Und dann wird er wieder normal. Das müssen die jetzt bei der Super Kameramann schaffen. Die wollen die Kameramänner wieder normal machen. Oh. Die haben so eine Stromkanone. Damit geht das. Guck mal, die tanzen jetzt. Das ist der Super Kameramann, die Super Skibidi-Toilette. Woow. Lauf weg. Aber die bringen alle um. Wieso mal die besiegen. Holy shit. Versteckt euch, versteckt euch. Geht da nicht mehr raus. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Okay, es klappt, Freunde. Es klappt. Diese Laserkanone. Jetzt müsst ihr sie nur runterspielen. Die haben gewonnen. Bravo. Was für eine Krieg, Freunde. Was für eine Krieg. Wir haben die auseinandergenommen. Top, top, top. Yes, yes. GbD, Db, Db, Db. Was für eine rechte Hauke. Nehmen die auseinander. Freunde, was für Fäuste ihn gibt. Bringt die drum. Holy shit. Die haben so viele Laserkanone gebaut, Freunde. Aber die müssen jetzt den Super Kameramann wieder gut machen. Sonst sind die am Arsch. Genauso. Skibidi, Dbidi, Dbidi, Db, Db, Db. Die Super Skibidi Toilette, Freunde. Hat nicht aufgehalten. Holy shit. Gib ihm ein paar Kicks. Gib ihm ein paar Kicks. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Was für eine Kick, Freunde? Spiel ihn runter. Bravo, Spiel ihn runter. Bravo. Was kommt jetzt? Freunde, was ist das? Eine TV, Mann. Diese Programm. Nimm die Skibidi Toilette auseinander. Was ist das für eine Programm, Freunde? Eine Fernsehprogramm. Bravo, bravo, bravo. Nicht schlecht. Dieser TV, Mann ist so stark, Freunde. Der muss denen helfen, den Super Kameramann wieder gut zu machen. Was kommt jetzt? Okay. Es gibt so viele TV, Männer, Freunde. Die gewinnen diesen Krieg mit TV, Männer. Okay. Freunde, diese TV, Männer sind zu stark. Da können die Skibidi Toilette nichts mehr machen. Dieser Programm macht denen eine Hypnose. Und die können nicht mehr weglaufen. Guck mal. Wow. Guck mal, die halten an. Die sind hypnotisiert von den TV, Mann. Was kommt jetzt? Eine riesige TV, Mann, Freunde. Der wird den Super Kameramann aufhalten können. Und die Super Skibidi Toilette. Was für eine Programm, Freunde? Wow, die explodieren. Der TV, Mann, Freunde, ist unbesiegbar. Die haben sich selber auseinandergenommen. Der TV, Mann, Freunde, ist zu stark. Wir kann man nicht besiegen. Holy shit. Was passiert jetzt, Freunde? Es gibt nur noch böse... Böse Kameramänner. Freunde, wow. Der TV, Mann, hat alles geschafft. Guck mal, die können nicht weglaufen. Die sind hypnotisiert. Und jetzt schießt sie ab. Bravo. Wo? Der Fett, mein Freund. Holy shit. Was passiert jetzt? Es gibt so viele TV, Männer. Der hat 5 TV an seinem Körper. Und jetzt gegen die Skibidi Toiletten. Okay. Die haben so eine Brille, jetzt, Freunde. Der TV-Programm funktioniert nicht mehr. Lauf weg. Holy shit, holy shit, holy shit. Was passiert hier? Was passiert hier? Wow. Holy shit. Okay. Was ist das? Nein, es geht weiter, es geht weiter. Jetzt gibt es eine Schlägerei irgendwo in den Wald. Wow. Was für eine Explosion. Der TV, Mann, Freunde, ist unglaublich. Guckt euch seine Kräfte an. Holy shit. Okay, weiter, weiter, weiter. Gib ihm eine Bombe. Bravo. Und noch eine Bombe. Nicht schlecht. Und explodiert. Wow. Was ist das für eine Armee? Es gibt mir die Toilette. No, fuck. TV, Mann. Er digitiert, Freunde. Er hat jetzt laut Sprecher. Holy shit. Wow. Was passiert jetzt? Freunde, das ist so spannend. Es ist so spannend. Jetzt kommt, Freunde, der Super-Kameramann. Er ist immer noch böse gegen den TV, Mann. Was für eine Battle. Was für eine Kampf. Okay, der TV-Mann, Freunde, ist sauer. Was ist das jetzt? Nein, es kommt noch eine Völlige. Es kommt noch. Es geht weiter. Was für eine Krieg, Freunde. Was für eine Schlacht. Sowas habe ich noch nie gesehen, meine Leber. Holy shit. Wow, die nehmen sich auseinander, Freunde. Der Super-Kameramann gegen den Super-TV-Mann. Er ist unbesiegbar. Die nehmen sich auseinander. Bravo. Wow. Was für eine Takedown. Jetzt, bravo. Genau so. Er läuft weg, hat Angst. Was für eine Lappen. Der TV-Mann, Freunde, ist zu stark. Der Super-TV-Mann ist zu stark. Okay, was kommt jetzt? Hm. Was passiert jetzt, Freunde? Was für eine Kampf? Linker Hawken. Wow. Oh, der hat ihn abgestochen. Mit einem Messer. Der Super-TV-Mann, Freunde, ist echt stark. Der ist der Schreckste von allen. Holy shit. Der ist so stark. Okay. Was passiert jetzt? Es geht weiter, es geht weiter. Ich glaube, der Krieg ist bald für eine Brei, Freunde. Der Super-Kameramann läuft immer da weg und der Super-TV-Mann verfolgt ihn. Der Super-Kameramann ist zu einem entlaufen, also Angst, er holt seinen Cousin wieder. Die Super-Skippen diese Nette. Aber der kann auch... Er hat keine Schutz, Freunde. Wow. Der Super-TV-Mann ist unbesiegbar. Holy shit. Mein Freund, lauf weg. Lauf weg. Die gehen alle auf einen. Er kämpft alleine gegen alle, Freunde. Er kämpft alleine gegen alle. Wow. Wie soll er das gewinnen, alleine gegen alle? Komm, komm, wir sind da, Freunde. Was für ein Krieg. Das ist wie ein Film von Marvel. Der arme Super-TV-Mann, Freunde. Er hat verloren. Er hat verloren. Er war so stark. Aber was soll er machen gegen 10 Leute gleichzeitig? Geht's da weiter? Doch, doch, es geht weiter. Gut. SkibD, 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 SkibD. Freunde, ich glaube nicht, dass die Kamerabänder das noch gewinnen können. Was für eine Krieg. Was für eine Battle. Wir haben ihre beste Krieger verloren. Die Super-TV-Mann. Der war so stark. Ja, die gewinnen hier gegen solche Lappens, die zu lettern. Aber jetzt, wenn die Größen kommen, dann habt ihr keine Chance mehr. Bei den Größen habt ihr keine Chance. Wenn ich glaube, es ist hoffnungslos. Die Kameramänner können das nicht mehr gewinnen. Also, das war's, mein Freund. Es tut mir leid. Es gibt neue TV-Männer. Und eine TV-Frau. Wow, oh, die haben ein neues Programm. Der kann die Leute schmelzen und verbrennen. SkibD, 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 SkibD. Oh, shit. Bravo. Unglaublich, Freunde. Unglaublich. Was für eine Spektakel. Seine Fehler gibt es nicht mehr bei Marvel. Die sind neue TV-Männer sind richtig stark. Hat sie Angst? Nein. Ist sie böse? Hä? Ne, sie ist im Labor. Okay. Ich verstehe nicht mehr, was passiert, Freunde. Okay, Freunde. Jetzt kommt die letzte Episode. Die letzte Episode Nummer 50. Mayday, Mayday. Ist das das Ende von dem Krieg, Freunde? Ist das das Ende? Wow, die haben die basische Kameramänner gefunden. Jetzt kommen die SkibD, die Toiletten. Die Super SkibD, die Toiletten kann Feuer spucken. Holy shit, Freunde. Was passiert hier? Holy shit. Was für eine Krieg, Freunde. Man denkt mal, guck, eine Fiddler von Marvel. Holy shit. Okay, okay, die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Der neue Kameramann, Freunde, ist so stark. Guck mal. Er kann nicht mal verbrannt werden. Er hat einen riesigen Hammer wie tot. Holy shit. Er ist unbesiegbar. Er kämpft gegeneinander alleine. Die haben, glaube ich, gewonnen, Freunde. Die haben gewonnen. Ich sehe keine andere Kamer... Er kann nicht SkibD, die Toilette mehr. Der war auch zu stark, Freunde. Was für ein Spektakel. Was für ein Film. Was für eine WD. Man denkt mal, guckt ein Film von Marvel. Haben die Kameramänner endgültig gewonnen, Freunde. Das Video ist zu Ende. Okay, Freunde, das Video ist zu Ende. Das war so spannend. Das war wie, als würde ich gucken, einen neuen Film von Marvel mit Spider-Manie und so und diese Superhelden. Das war unglaublich. Nichts vergessen, Freunde, zu liken, kommentieren und Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns bald mit einem neuen Video. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde. War es das schon das Ende? Oder kommt da noch was? Wer denn die Kameramänner gewinnt? Es gibt die Toilette. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.